Ich denke, dass 90% die 30 Stunden in die Einheit hält. Das ist jetzt einfach so. Wenn die 30 Stunden in die Einheit sind, man kennt es erst neu, sicherlich. Da fährt man auch mal wie immer eine 50, dann ach hier ist ja 30. Dann wurden hier unten schon die Verkehrsschilder umgeworfen. Dann dröhnen oder wie immer, hier sind die Verkehrsschilder im Straßengraben. Ja, gut. Jetzt hier 30, mein Fräulein. Ja, gut.